Spannet ihr jetzt nach Datenlaufwerken. Bewegt eure Härsche! Macht schon! An meiner Markierung sammeln! Tosentruppen! Wir werden uns sicher nicht freundlich erfahren! Ablenk steht! Tosentruppen! 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 Tosentruppen ist nicht sicher! Tosentruppen! Datenlaufwerk intakt und sicher! Wir sind soweit! Fordert Unterstützung an, wenn ihr sie braucht! Laufwerk gesichert! Gehäuse intakt! Das wird helfen! Der gesamte Trupp ist aufgerieben! Das war aber vermutlich nicht der letzte! In der Nähe eurer Position scheint es einen Ablenk zu geben! Die Kfonk aufgerieben! Sklapp! Kommt! Ja, du bist unterwegs! Krass du bist unterwegs! Hier! Könntest du hilfreich sein! Ja, verstanden Ich bin nicht weit weg von deinem Datenlaufwerk Noch ein Laufwerk, gute Arbeit Ruck so schnell wie möglich zur Markierung vor Ruck zu meiner hinteren Markierung vor Für euch Ich habe eine Waffe nach An meiner Markierung sammeln Extraktionsmaschine nimmt Kurs auf die Zone Dauert noch ein bisschen Gehen wir, los, vorwärts Besatzungstruppen Hast du das aufsichtig nicht gemacht? Verbindung steht Erwägung zu der Markierung vorrücken Kapitel im Landeabflug, da sind Datenlaufwerke drin Sichert sie, wenn ihr könnt Auflink hergestellt Nicht weit von euch ist ein Ablink Schick deine Ranger Drohne zu diesen Koordinaten Ich brauche euch da drüben Ich brauche euch da drüben Nimm das! Nimm das! Nimm das! Es geht los, landeantflug der Extraktionsmaschine! Eine weitere Kapitel voller Datenlaufwerke ist unterwegs Das heißt, dass sie nicht mehr aufsichtig sind, wenn sie sub-grounden sind, oder? Ich meine, es könnte irgendwo sein, wo sie jetzt sind? Denn at this time no one really knows what foes are still a bit forward of the vessel. Regardless of the reason we have to find out, to make sure the Alexander doesn't fall into anyone else's hands. You can stop thinking about all the ones who didn't make it. Those poor little super freaks just floating in the ears of crying. Then we're back after this break. Shit. Yep. Wir haben frische Truppen für euch. Ihr müsst sie nur anfordern. Alle Mannschaften haben Besatzungsdruppen. Eine feindliche Kommando 1-1 wurde aus der Zone ausgeflogen. Ablenkt verbunden. Meldet euch, wenn ihr Hilfe braucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 bei der Regierung, bei der News, bei den Institutionen, die Sie für dich vermittelt haben. Sie halten dich in der Nacht. Es ist Zeit, wir haben uns. Es ist Zeit. Wir kommen, Herr Kommando. Wir kommen. At the center of this conflict is the mysterious Russian submarine, the Alexanderian. A high-tech prototype that inexplicably disappeared to the force. Now, not South Alexanderian, but in the end of the world, the law of the Caribbean. Have you ever been to the people who have gone? Are children connected to a global war? Das wird helfen. Die Gebiet scheint es von Bodeneinheiten zu wimmeln. Ich habe was für euch. An meiner Position. Ich habe noch ein Datenlaufwerk. Nehmt das! Laufwerk gesichert. Gehäuse intakt. Man hat sie gewassen! Weitliches Einsatzteam aus der Gefecht. Weitliches Einsatzteam am Boden. Ihr habt noch mehr Laufwerke gesichert. Mit Drohnen lokalisiert. 40 Grad. Eines eurer Druckmitglieder hat gerade einige Datenlaufwerke verloren. Weitere Kampfer im Anflug. Willst du noch mehr Laufwerke an Bord haben? Wir haben hier eine Kontroplanzi. Letzte Extraktionsmaschine ist unterwegs. Angriffenzeiten wird berechnet. Verstärkung ist unterwegs. Seht zu, dass euer Signal sendet. An meiner hintere Lackierung sammelt. Ablenke in eurer Nähe. Verstärkung trifft an eurem Signal ein. . Ich trau euch da drüben! Hier! Das war eine tolle Leistung! Das war cool! Alles für euch! Die Karten noch weggeborgen! Klassschub markiert! Kehr-Paket ist unterwegs! Hier, kannst du hilfreich sein! If you've got time, we'll keep you informed. Here on Radio TMN. Die Karten sind in der Nähe. 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 Kommt in die Zone! Die Karten sind in der Nähe. Gleich da. Extraktionsmaschine nähert sich der Zone. Für euch! Lass mich weg treffen! Kumpffahrzeug gelandet. Bereit bei Extraction? Hier! 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 Halt vor Ort! Hier! Hier! Hör mal, bitte! Hör mal, bitte! Na, da jetzt! Einsatzkommando! Hey! Hey! Hör mal! Hör mal! Ja, Angel, wie man ihn kennt! Hör mal! 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 Hallo, ich werde dann soweit. Los geht's! UNTERTITELUNG Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Mit diesem Trupp kann man sich doch wirklich sehen lassen Das wird nicht einfach, aber jetzt gilt es Sichern diese Laufwerke Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier könnt ihr hilfreich sein Das ist noch ein paar Jahre altes ZDF für funk, 2017 Ich bin nicht weit weg vor deinem Datenlaufwerk Da sind sie, Versatzungstruppen Hier ist eine feindliche Einheit Alles für euch! Ja! An meiner Markierung sammeln! Feind beschutzen! Feind eliminiert! Sie haben mich gesehen! Werde beschossen! Konzentriert bleiben! Moment! Moment! Lade nach! Ihr jagt jetzt eine neue Kommandoeinheit! Viel Glück! Das war Nummer 1 Da draußen gibt es aber noch viel mehr Ablängst verbunden! Meldet euch, wenn ihr Hilfe braucht! Ich brauche einen Ranger an meiner Markierung! Ich habe ein Laufwerk gesichert! Nicht weit von mir nicht in den Datenlaufwerk! Betrogen markiert! In meinem Bereich! Ablink hergestellt! Feindliche Verstärkung unterwegs! Ihr müsstet ihr Signal sehen können! Mit Ruhm lokalisiert! 0,60 Grad! 90 Meter von meiner Position entfernt! Sucht einen Abblick in eurer Nähe! Wenn ihr ihn findet und aktiviert, können wir Verstärkung schicken! Könnt ihr dort den Pohrücken? 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 Hinter die Markierung! Bewegt euch! Extraktionsmaschinen nimmt Kurs auf die Zone! Gauert noch ein bisschen! Ganz in meiner Nähe! Schwache Nachtlachen! Feind in der Nähe! Alles los! Meine Haste gebunden! Lade Waffe nach! Nichts, lade nach, okay? In der Nähe eurer Position scheint es einen Ablenk zu geben. Vorsicht hier drüben! 130 Grad! Weiß draußen! Ich sitze hier in der Falle! Das musst du helfen! Wir müssen hier hin! Hier, nehmt das! Ablenk in der Nähe verfügbar! Hier! Und rum, da! Vergesst es! Der Feind fordert Verstärkung an! Such nach dem Signal! Kapsel voller Datenlaufwerke landet im Zielgebiet! Findet sie und bergt, was ihr könnt! Der Feind fordert Verstärkung an! Er aktiviert die Signale, ihr könnt! Verbindung steht! Unterstützung steht bereit, wenn ihr sie braucht! Ablenk steht! Lade meine Waffe! Ablenk steht! spearДа! Beginnen wir es nicht! Mit Freunden gew planetben! Geh! Das Hauptwerk in der Nähe! Gefahren der Markierung! Gefahr markiert! Verhaltet die Extraktionszone im Auge. Luftverzeug im Anschluss. Hier, ich könnte nicht wehren! Gefahr meint das Gebiet! Ziel festen! Zu dieser Position vorrücken! Werfe Granate! Es geht los! Extraktionsmaschine im Anflug! Geht nicht los weg! Scheiße! Nicht sterben! Eine weitere Kapsel voller Datenlaufwerk ist unterwegs. Verstärkung ist unterwegs! Seht zu, dass euer Signal sendet! Luftfahrzeug gelandet! Bereit für Extraktion! Neuer Plan! Verstärkung trifft an eurem Signal ein! Ja! Ja! Unsere Gegner fordern Verstärkung an! Ihr müsstet ihr Signal sehen können! Ja! 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 Feindliche Kommandoeinheit wurde aus der Zone ausgeflogen! Feindliche Verstärkung unterwegs! Ihr müsstet ihr Signal sehen können! brauche und schlafen! Ach, was es ist! Wir haben ein Fahrzeug gefunden! Ja! Ich habe ein Fahrzeug gefunden! Ja! Hab' ich mal ein Fahrzeug gefunden! Vergesst es! Kann mich jemand abholen? Kann ich bei ein Fahrzeug! Fahrzeug an eurer Position abgesetzt! Hier, könnt ihr hilfreich sein! Macht schon, holt mich ab! Markierung gesetzt! Geht in Position! Mach ich sie zu mir! Neue Kapsel geordnet! Kommt schnell runter! Geht in Position! Geht in Position! Da sind noch mehr Besatzungsdrucken! Da sind noch mehr Besatzungsdrucken! Machbuds. Geht in Position! Ganz in eurer Nähe ist ein Ablink. Sobald ihr ihn aktiviert, können wir euch Verstärkung schicken. Geht weiter! Wo ist denn, hat ein Laufwerk verloren? Rot ist zurück! Kann mir jemand aufhinken? Was ist denn, hat ein Laufwerk verloren? Was ist denn, hat ein Laufwerk verloren? Was ist denn, hat ein Laufwerk verloren? Wir haben frische Truppen für euch. Ihr müsst sie nur anfordern. Schickt einen Ranger zu meiner Position! Unterstützung ist unterwegs! Fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Ein Feuer, Verstärkung an! Die Laufwerk wird sich nahe! Werfe eine Granate! Ich hab was für euch! Ich bin verletzt! Mach'n Hilfe! Bitte! Reiß dich zusammen! Noch mehr Besatzungstruppen unterwegs! Hier! Hier! Seht das! Verdammt! Gefahr da! Extraktionsmaschine nähert sich! Da draußen! Gehen wir! Da draußen! Gehen wir! Da draußen! Gehen wir! Der Feind soll das Verstärkung ab! Reaktiviert ihr Signal, wenn ihr könnt! An meiner Markierung sammeln! Gleich klar! Extraktionsmaschine nähert sich der Zone! Darüber! Gefahr an meiner Markierung! 310! 110 Meter entfernt! Kommt an Bord! Extraktionsmaschine bereit! Schreibt alle in den Helikopter! Tada! Braucht schon! Fließ ab! Mach'n zurück! Dieser Helikopter wird mit oder ohne euch abreden! Schreibt alle in den Helikopter! Bombten Schuss! Ich habe euer Signal verloren. Ich kann nicht auf euch warten. Tut mir leid. Hey, bereit, wenn ihr es seid. Ich kann nicht auf euch warten. 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 Ich kann 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 auf euch. Ich kann auf euch warten. 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 Einmal le По. Also beginne. Also, dass ihr vielleicht nicht wonst. Ganz einfach. Bleibt am Leben, dann gewinnen wir. Sucht einen Abblick in eurer Nähe. Wenn ihr ihn findet und aktiviert, können wir Verstärkung schicken. Drückt euch die Daumen. Findet diese Daten auf der Seite. Das wird euch retten. Markierung gesetzt. Dort drüben. Ablink hergestellt. Aktiviere Drohne. Gebt mir eine Sekunde. Ich scanne. Markiere Bedrohung. 160 Grad. Ziemlich weit weg. Bedrohung markiert. Dort formieren wir uns neu. An meiner hinteren Markierung sammeln. Nicht weit von euch ist ein Ablink. Ablink verbunden. Meldet euch, wenn ihr Hilfe braucht. Ich brauche euch da drüben. Alles klar. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch einfach. Bedrohung lokalisiert. 210 Grad. 110 Meter. Verbindung steht. Unterstützung steht bereit, wenn ihr sie braucht. Feindliche Verstärkung unterwegs. Ihr müsstet ihr Signal sehen können. Der Feind fordert Verstärkung an. Deaktiviert ihr Signal, wenn ihr könnt. Zur Markierung. Zur Markierung. Zur Markierung. Hier, mehr Munition. Hier, mehr Munition. Wir werden mit der Linken. Alles klar! Bist du? Wer ne Werte? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Bist du nicht? Bist du? Gefahr da! 160 Grad! 40 Meter von meiner Position entfernt! Ablenk in der Nähe. Benutzt ihn, falls ihr Verstärkung braucht. Wir befinden den Boden! Einen unserer Leutnant zerwischt! Zurück! Hilf sie lieber nicht! Feind in der Nähe! Wir sind alles bereit, um abzukoppeln. Ich geb das Zeichen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Wer uns hat der Biss? Hier, ich schütze den Gehirn! Seht zu, dass euer Signal sendet. Die Verstärkung ist gleich da. Ich lade jetzt noch! Schickt mir eine Range-Kandrolle! So hoch! Hilfe! Hilfe! Eure Verstärkung ist eingetroffen! Leicht zurück! Ich bin wieder da! Matthias! Hilf mir hoch! Lasst mich hier helfen! Ich bin wieder auf dem Land! 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 Bitte kommen! Einsatzkommando! Seid ihr da draußen! Einsatzkommando! Hey, dann lassen wir den Ball mal fliegen, was? Ja, dann lassen wir den Ball mal fliegen, was? Ja, dann lassen wir den Ball 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 fliegen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hey, bereit, wenn ihr es seid? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020